ja hallo zusammen ich habe mal wieder lust eine runde zu spielen und habe auch etwas neues entdeckt steht zwar wieder viel neu drauf das meiste kennen wir schon aber tatsächlich ist mal ein neues spiel dabei was wir noch nicht kennen das ist raymond eine ganze menge sehr lange hohe türme das sieht ja wild aus schauen uns das mal an mache ich erstmal nicht ganz so viel einsatz ja gut es sind trotzdem 40 cent schauen wir uns mal an was das spiel macht machen wir mal wieder mit drago jackpot da oben steht noch dass irgendetwas sunny spin startet farben mindestens sechs farben also das heißt das wären vollbild wäre auch nicht verkehrt also es gibt wohl auch sunny spin spielen dann schauen wir uns das ganze mal ein step drago meldet sich auch schon mal sechs bräuchten wir wohl fünf waren es so schnell gar nicht jetzt gesehen über die kamera also das ist unser symbol was wir im wenigsten sehen wollen vermute ich mal jetzt steigen da oben die türme immer interessant wenn man mal die Steps und die damit verbundenen Sunny Spins sehen könnte. Ich hoffe, wir sehen das mal, was dann passiert. So, wir sind fast oben bei dem rechten Turm. Problem ist, dass immer so ein Spiel wahrscheinlich, wo man erstmal Kapital verbraucht. Das ist ja bei den meisten Tons spielen so. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Na, jetzt bräuchten wir schon Gewinne langsam, sonst ist gleich das Geld weg. Ja komm, schmeiß mal was nach. Ui, direkt bis oben hingelaufen. Musik Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Wasser. Zum Überleben hier. Na Drago, du kannst aber auch mal reinhüpfen. Musik Von 30 Cent auf 12 Euro gelpft. Musik 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 Jetzt bräuchten wir dieses Sunny Spin Feature mal, um mal zu gucken, dass der passiert. Musik Oh, schade. Ach ja, den gab's ja auch noch. Musik Musik Jetzt kommt wieder lange nichts und dann kommt wieder, oder? Musik Wir sind überall oben, außer in der Mitte. Musik 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 Ach, das ist ein Trauer. Na komm, mach was. Jo. Mal 8 ist ja auch schon gut. Ich dachte, er gibt mal 10 für das erste. Ah, auch eine Reihe voll. Oh, gerade noch. Oh, schon, da. Oh, schon, da. 40 Cent, jetzt wo wir so ein Guthaben haben. Er hat aber schon einige Kämpfe hinter sich, so viele Narben wieder. Das war's für mich, Gott. Och, hätte er ja mal auf zwölf gehen können. Na, hoffentlich. Passiert noch was hier. Drago dürfte ja auch nochmal rein hüpfen. Und, kommen nochmal ein paar? Nein. Ui, er kommt aber noch. Ui. Schade, dass der nicht mit multipliziert. So, ich muss mal kurz einen Break machen. Mhm. Ja. 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 Ja.